Willkommen bei Mann oh Mann. Ich möchte euch in nächster Zeit ein paar Zitate vorstellen, die ihr bestimmt schon kennt oder kürzlich gehört habt, aber gerne erfahren würdet. Was ist denn die Bedeutung dahinter? Heute geht es um das Zitat, Lügen haben kurze Beine. Also das bedeutet ja nun, dass man mit Lügen nicht sehr weit kommt. Zwar kann man vielleicht kurz etwas damit vortäuschen, sie aber, weil sie ja so kurze Beine haben, schnell am Schlawittchen packen und schon hat man sie auch erwischt. Also langfristig hat das kein Erfolg und ehrlich, dicke Lügen auftischen ist doch doof. Deswegen verzichtet man auch besser drauf. Apropos Schlawittchen oder fälschlicherweise besser als Schlawittchen bekannt. Falls jemand diesen Ausdruck noch nicht kennt, dabei handelt es sich um eine redens- oder mundartliche, weit verbreitete alte Bezeichnung für Hemd- oder Jackenkragen oder Rock- oder Ärmelzipfel, wo man jemanden sehr gut festhalten kann. Wenn euch mein Beitrag gefallen hat, zeigt es mir mit dem Daumen nach oben und abonniert gerne kostenfrei meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal mit einem neuen Zitat, euer Manu Mann. Tschüss. Tschüss. Trabschiu.